Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der für Nüsse Zug mit Lehrer Doktor Klausemann und Zugführer Dirk Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Ja, ja, ja Ja, ist ja eine Menge passiert, so wie ich das sehe hier Ja, wie du was siehst hier Dein kaputtes Fahrrad, deine kaputte Gesichtsfrisur Ja, es war keine Zeit, es ist alles Klaus ist Fürs Rasieren des Fahrrades oder dir im Gesicht einen Mantel überzuziehen Hilfslehrer eingesprungen Das, was du nie wieder machen wolltest? Ne, ist ein anderes Projekt, aber die sind auch gut Die sind auf so einer Schule Das ist ja der neueste Trend Von der Bohr-Insel Noten sind so schlecht für die Schüler Wir müssen die in ihrer Entwicklung als Menschen unterstützen Und das sind alles selbstverliebte Arschlöcher, die nicht aufpassen können Aus besserem Hause hoffe ich doch Surprise, ja Irgendwie schon Das ist eine Privatschule Ist eine Privatschule? Naja Ne, die bekommen von der siebten bis zur neunten keine Noten Äh, ist das eine Waldorf-Schule oder so? Ne, ist nicht Waldorf, nicht Montessori, sondern es heißt so Freier-Schule Und die Schüler können halt, die treffen sich in so einem Labor Freier, freie? Eine freie Schule Aber gehört Waldorf nicht zu den freien Schulen? Ja, aber die sind halt auch eine Aber nicht das Waldorf-Prinzip, nicht das Montessori-Prinzip Sondern ein unaussprechbares Prinzip Echt, vielleicht haben sie es auch gesagt Ich kann mir das Unser Prinzip ist biefi Ja, wir setzen uns alle irgendwie dann zusammen Und dann können die Schüler sich entscheiden, in welchen Unterricht sie gehen Das ist doch kein sinnvoller Unterricht möglich Und dann sitzen sie alle in ihren Ecken und jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding Und dann können sie gucken, was sie lernen wollen und was nicht Grundlegend klingt das ja ganz cool Ich weiß ja nicht, was die Zukunft sich dann immer hervorhaben Das ist halt für Schüler einfach nicht zu managen Ohne feste Struktur Das ist auch logistisch nicht zu managen Du hast halt Leute, die sind halt von Montag bis Mittwoch in deinem Unterricht Und du kannst ja dann nichts Kontinuierliches nicht mal für die Woche machen Nicht mal von Montag bis Freitag Weil dann kommen halt die nächsten Pimmel Einer kommt halt am Dienstag mal vorbei Und die sind halt auch alle so super Einer, der war gestern, der hat sich die ganze Zeit hinter einem Vorhang versteckt im Raum Hat sich hingesetzt, hat sich hinter einem Vorhang versteckt Und dann hat meine Lehrer Ja, ach, das ist normal bei dem Manchmal schließt er sich auch drei Stunden auf dem Schulklo ein Ist ein großer Zaun um der Schule herum? Ja, mit so Wärtern wie beim Jurassic Park Dass du sie einfach nur Schüler nennst Aber dann halt im Kollegium heißt es Patient 14 oder so Ey, die sind echt alle so Da gibt es halt ein paar, die haben tatsächlich eine Lernbehinderung Aber ich glaube, das ist ansteckend Weil das ist halt, also Also ich meine, grundlegend gibt es ja halt solche Modelle Die dann halt schon über, also die dann nachweislich halt auch irgendwie ihre Berechtigung halt in der Pädagogik halt irgendwie haben Dieses, dass man grundlegend davon ausgeht, dass das Kind halt einfach wissbegierig ist und dann halt sich nach und nach das sucht, was es möchte Aber das ist gut für die Schüler, die halt zu Hause den Support haben, wo die Eltern zu Hause da dranhängen Es gibt ja halt einen Grund, warum die da sind Genau, genau, und das ist halt Oder warum die Eltern wollen, dass sie da sind Aber das siehst du halt auch immer in so Untersuchungen Die Kinder, die halt sowieso in anderen Schulen auch besser sind, sind halt in solchen Modellen auch besser Ist denn das von, nur von sieben bis neun oder gibt es nur von sieben bis neun keine Noten? Das weiß ich nicht, aber sieben bis neun hängen zusammen Die haben halt so mehr oder weniger eine Jahrgangsstufe Aber die Schule ist anerkannt Ist jetzt nicht, wenn man sagt, ich war drei Jahre im Bifi-Kollegium Neukölln oder so Also die, das ist auch in Mitte Ja, selbstverständlich ist das in Mitte In besseren Wohnen wie in besseren Kreisen Ist es international, also sprichst du mit denen quasi permanent Englisch? Ja, was gut ist, weil keiner von denen ein Wort Englisch spricht Cool Also das, daran siehst du halt auch den Lernerfolg Esperanto vielleicht Von sowas Nichts, die sind halt wirklich nicht auf dem Niveau einer siebten Klasse Okay Also teilweise auf dem Niveau erstes Jahr Englisch vielleicht Von wann bis wann geht das, die Schule? Das ist ein Gymnasium Ah ja Also angeblich, die, die wir jetzt haben, das sind wohl die, die dann nicht weitermachen wollen Die wollen nur einen Realabschluss machen Oder wie auch immer das jetzt heißt in der Sekundarstufe in der zusammengelegten Weil die nur eine Fremdsprache haben Die haben halt nur Englisch Und dann kannst du halt nicht weiter auf gymnasiale Oberstufe gehen Aber du kannst es ja nachholen Aber es ist halt zusammen mit einem Gymnasium Das ist halt eine klassische Gesamtschule Aber wenn du von der Schule runter bist Das ist doch bestimmt schwer Okay, du musst dann halt wieder auf so eine Schulform rauf Weil wenn du das Ja, aber irgendwann hört das ja auf Weil es dann halt standardisierte Prüfungen gibt Du kannst eigentlich sagen, du hast deinen Realschulabschluss mit einer Tulpe gemacht Naja, ich meine standardisierte Prüfung Das heißt ja immer noch, dass das Abitur in Bayern halt ein ganz anderes ist Ja, aber du hast halt trotzdem eine Prüfung mit Noten Und das ist halt Die sind halt, die verstehen nicht, dass man was von ihnen will Die verstehen nicht, dass sie ruhig sein müssen Wenn jemand anders redet Weil die es halt im Unterricht auch anders gewohnt sind Die verstehen nicht, dass jemand ihnen sagt, was sie machen sollen Die verstehen nicht, dass sie Sachen wiederholen müssen Weil für die ist Schule halt wie Netflix Die haben ein Angebot aus tausend Sachen Und suchen sich das raus, was sie am unterhaltsamsten finden für den Tag Naja, wahrscheinlich sind halt auch die anderen Lehrkräfte auch so eingestellt Die im besten Fall diese Form hier halt auch total gut finden Und dann halt auch einfach mehr so, sag ich mal, wie so ein Dokumentarfilmer Das Ganze beobachten Und wenn jemand auf sich zukommt Herr Meier, wie geht der Schuh zu, wenn man keinen Klett hat? Und dann denkt er, jetzt kann ich, jetzt kann ich Das ist echt, ja Und also die Schüler sind dann auch, die diskutieren dann auch mit dir Als wären sie selber Erwachsene Das hat ja vielleicht einen Vorteil Entschuldigung, ich finde diese Übung nicht besonders effektiv Auf bezogen, auf was? Auf sein Leben oder was? Ja, ich lerne davon nichts Was hast du denn gemacht? Naja, das war halt so Theater-Warm-Up-Spiele Achso Also halt so Theaterübungen, das ist ja ein Theaterkurs Und Aber das ist ein Kurs, den die gewählt haben Und dann im Kurs wiederum wählen Nee, den haben sie nicht gewählt Das ist die Sache Der eine hat auch dann mit der Lehrerin gesagt, das geht nicht Das kann nicht sein Dass wir keine Auswahlmöglichkeit hatten Sondern müssen wir alle diesen Theaterkurs machen Das geht nicht Ich bezahle hier für die Schule Er bezahlt? Ja Nee, dann Der arbeitet schon Ach, das ist ja krass Ja, cool auf jeden Fall Das ist die Misere des Deutschen Bildes Das sind alles heiße Kandidaten für eine Teilnehmerurkunde im Leben Dabei sein ist alles Das ist ja krass Da würde ich irgendwie gerne mal Also ich glaube, der Knaller ist Ich glaube, das ist jetzt schon nervig Aber der Knaller wäre, glaube ich Wenn du dann bei so einem Eltern-Sprechtag dabei wärst Ich glaube, dann wüsstest du ja Dann würdest du ja so ein bisschen den Ursprung sehen Ja, das ist ja nicht deren Schuld, dass sie so geworden sind Sondern die Eltern Also ich meine, dazukommen halt noch so das klassische Jugendphänomen Die können sich halt nur zwei Sekunden am Stück konzentrieren Weil sie dann ansonsten wieder anfangen, welche Fortnite-Tänze zu machen Weil sie mal fünf Sekunden Fortnite ausmachen mussten für den Unterricht Also wirklich extrem nervt Die sind jetzt auch einfach gewöhnt, dass jeder hört zu seiner eigenen Regeln Nee, ich muss jetzt Musik hören, das hilft mir beim Denken Und dann ist das okay Okay, worüber denkt er denn nach? Ja, weiß ich nicht Über sich selbst Also ja, das sind Aber du hast gesagt, das ist die Form Oder das ist der Bereich, wo du gerade bist Die dann vermutlich Sekundarabschluss 1 machen Und das war's dann Das heißt, die haben ja dann schon irgendwie relativ schnell So einen Fokus auf Ausbildung oder so Die müssen durchgehend von ihren Eltern finanziert werden Also die kannst du ja nicht in eine Ausbildung reinsetzen Also die wollen so schnell, wie es geht Bezahltes Kind sein Ja, ich meine, was willst du denn da machen? Oder sind es ja schon Willst du mit dem Meister diskutieren? Entschuldigung, aber Wieso muss ich jetzt als Azubi die WLAN-Kabel holen? Okay Ja, genau Am ersten Tag Also ich, also wirklich Die verstehen dir das System nicht Dass man ihnen sagt, was sie machen sollen Was ist, wie heißt Achso, du hast ja schon Wie heißt denn die Schüler Wie heißt die Schule und wie heißen meine Schüler, ja Wir hatten das doch schon mal Wo du wenigstens ihnen Vornamen Haben die denn wenigstens kreative Vornamen? So wie Jerome Söhrer oder so? Ja, einer ist das richtig dumme Kind Der ist richtig dumm Den siehst du Es gibt ja manchmal Du kannst ja so eine Wenn du so eine Klasse aufstellst Dann siehst du ja meistens, wer der Dumme ist Was heißt Ja, du siehst es Das ist der Einzige, der sich verkehrt herum hinstellt Das ist so ein genetischer Einfluss auf die Gesichtsform Der mit einem Riegel im Mund Ja, der ist halt richtig dumm Der heißt Atreo What? Ja Oh Mann, ey Ich wollte früher ein Kind Atreo nennen Ist ja geil Michaels Endes unendliche Geschichte Der kindliche Krieger Ja Atreo Mann, ey Da weißt du aber auch, wo die Kinder Wo die Eltern dann halt ihre Fantasie Ja, der ist wirklich Also der ist echt Also der ist nicht offiziell mit Lernbehinderung Aber der hat eine Sieht ja dann wenigstens aus Wie so ein kleiner, schöner Indianer Mit schwarzen, glatten, langen Haaren Wie gesagt Wie das typische dumme Kind Jemand, der nur durch den Mund atmen kann Wieso darf das denn Atreo ein? Wieso heißt der da nicht Klops oder so? Na der wäre ein guter für Klockmann So ein Kind Was auch nur einen Nachnamen hat Immer gehabt hatte Klockmann Schon im Kreißsaal Ja, herzlichen Glückwunsch Das ist ein Klockmann Oh Ein Klockmann Er erinnert sich alles Die ganze Zeit Er hat auch so das typische Die können nicht still sitzen Wenn sie sollen Und wenn sie sich bewegen sollen Ja gut, das ist ja das Phänomen Was du schon gesagt hast Ein aufrecht stehender Jugendlicher Ist halt selten vorhanden Ja, aber halt dann Möglichkeit sich zu wägen Dann können sie alle nicht Und dann kurz mal still sitzen Und dann ist die ganze Zeit Gehen irgendwelche Fortnite-Tänzer Durch die Runde Cool Nee Das erinnert mich so Dass ich letztens Mal wieder in einer Bahn saß Ich glaube in einer Regionalbahn Irgendwo im Süden Und da haben sich Also baden-württembergischer Dialekt Bei coolen Ghetto-Jugendlichen Ist so eine bizarre Also generell ist es nicht so mein Dialekt Aber dann Ist so eine Hardcore-Mische Also wenn es jemand halt Ich kann das gar nicht machen Aber wenn du eine Mischung hast Von Klinsmann Und Digga schwöre Schlag dich kaputt So und dann halt aber Weiß nicht Du bist mein Kumpel So und dann denkst du Alter Und die dann halt irgendwie Über ihre Handys Dann halt in der Bahn Cool ihre Musik Dann laufen lassen Und dann halt In die Bahn rotzen Und sich dann halt Auch schon ein bisschen Erdreißen Wenn dann halt der Schaffner Darauf aufmerksam macht Dass das hier aber Richtig scheiße ist Und dass sie demnächst Aussteigen können Ja Habe ich gedacht Krass ey Ja Ich Ach Heute habe ich zwei von denen Angeblufft Was sie eigentlich glauben Wer sie sind Die beiden Gangster Von der katholischen Privatschule Und Okay Das sind aber auch wieder so Gags Wo sie sagen Was Meinst Wieso Ja sind wir Ja Haben sie gesagt Nee Das wäre aber gut Dafür sprechen sie nicht genug Englisch Um zu sagen Ja sind wir Okay Äh Ja das heißt Ja 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 Wir 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 sind Aber das würde ja Bedeuten Dass sie überhaupt Deine Deine Anmerkung Verstehen würden Das heißt sie merken nur Dass du laut mit ihnen redest Aber sie verstehen nicht Was du sagst Nee das Das war auch so eine Sache Gestern Ich sag ihnen halt immer Sie sollen ruhig sein Quiet Quiet Und dann Ja das gab Beschwerden von Schülern Du hast Gar nicht Gar nicht abgesprochen Mit denen Wie du sie dazu Auffordern sollst Ruhig zu sein Was Ja Also nicht erschrecken Wenn ich euch in den Nacken schlage Dann habt ihr was falsch gemacht Außer ihr gemögt ist Dann muss ich mir was anderes einfallen Ja Weil ich meine Ist das nicht so international Ja Was sagt denn die Mutter Wenn das Kind still sein soll Sören Tanz dich mal müde Sören Tanz dich mal müde Ähm Sören Wie soll ich dir in Zukunft sagen Dass du Dass du ruhig sein sollst Wenn du wieder Auf den Essenstisch Furzt am Abend essen Du kannst dich ficken Mama Ja Soll ich Das ist schwierig Jetzt auch Im Gespräch Gottes Willen Es ist echt Wie sind denn die Wie sind denn deine Kollegen Sind die alle so eine Freien Wie du Die da halt drei Tage sind Und dann Alkohol Ich mache es damit Diesmal vom Theater aus Also mit Josh, Judith Und noch jemand anderem Ja aber wie sind die denn eingestellt Also heute haben Josh und ich Den Kurs zusammen gemacht Und haben unsere beiden Gruppen Zusammengelegt Das war etwas besser Als Montag und Dienstag Weil ihr sie Weil wir eine größere Gruppe hatten Und zu zweit waren Und ein Lehrer ist auch noch da Ein Lehrer der so gut wie nichts macht Die ganze Zeit Also der ist mehr so Der stille Beobachter Das ist so schön Mal zu gucken Dass sie sich bewegen Also drei von denen Und dass die auch so schnell ruhig sind Also nach 20 Minuten Und irgendwie Josh meint das auch so Heute so Der ganzen Tag Den wir verbracht haben Der passt mit einer normalen Gruppe In eine Stunde Wahnsinn Und die sind auch Also Die Haben keine Ideen Das hat auch Also gar keine Ideen Okay Ein Ort Und das kann sein Wo ihr wollt Das kann auf einem Boot sein Das kann in der Wüste sein Im Dschungel Auf einem Raumschiff Wo ihr wollt Was euch einfällt Im Restaurant Am Ende der Welt Auf dem Mars Okay Und ihr könnt sein Wer ihr wollt Ein Cowboy Ein Pirat Ein König Ein griechischer Gott Irgendein Typ Ey Vielleicht ist das gerade Der schlecht Totgehypte Rapper Ich bin irgendein Typ Ja Da fällt dir nichts mehr zu ein Geil Irgendein Typ im Restaurant Was macht der Ist der Oder was war das Ja die Die essen dann Und dann Alles dreht sich im Kreis Und dann irgendwelche Szenen Du kannst ja dann auch Es gibt ja Also extrem viele Theaterübungen Wo du halt Worte benutzt Oder zumindest ein bisschen sprichst Oder halt so Impro-Theaterübungen Jeder erzählt einen Satz Der Nächste Beendet das Oder es gibt einen Diese schnellen Wo dann halt immer nach vorne Und Ja genau Wie kriegst du die Wie kriegst du denn Gar nicht Kriegst du denn nicht hin Also nur halt Einfachste 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 Übungen Aber hast du denn wenigstens Einzelne Die brennen Wo du denkst Scheiße man Die haben richtig Bock Ja es gibt ein paar Die machen es ganz gerne Die haben auch richtig Spaß daran Die finden jetzt heraus Okay die Sachen kann man machen Und das geht auch Und das ist Oh das ist ja witzig Wenn wir das machen Aber das ist halt in der Gruppe Tja Und bei dir Wie war Polo Ring Oh ein Traum Ein Traum Aber irgendwie ist das total Also macht mich schon neugierig Was du da jetzt Also eigentlich würde mich noch Eine Sache interessieren Ja bitte Wie sind denn die Die festangestellten Lehrer da Also ich meine Betrunken Also schon dieses Klischee von Von Alkoholismus Oh ne die sind halt einfach so Ja das ist Ja das sind ein paar Herausfordernde Schüler dabei Ja 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 weil ihr nie irgendwas sagt zu denen Weil euer Schulkonzept ist Dass ihr den Leuten nicht sagt Sie sollen ruhig sein Wenn jemand anders redet Ja jetzt wahrscheinlich Auch dieses Format Privater Schule Es wird gezahlt von den Eltern Das heißt die Eltern Zahlen auch so ein bisschen Dass wir jetzt Ihre Mistbälle Kinder unterhalten werden Ja ich meine irgendwie Das hatte ich heute mit Judith Wo sie auch meinte Ja es ist ja in Ordnung Dass sie sich aussuchen können Was sie machen Und dass sie in der Hinsicht Frei sind Aber wenn sie Es sich ausgesucht haben Ich wollte gerade sagen Dann müssen sie es halt auch machen Und das musst du denen auch sagen Also dass du halt dann nicht Zumindest dann halt 45 Minuten Und wenn sie merken Das ist es nicht Dann ist es halt bei Nächster Unterrichtseinheit Nicht Kurvendiskussion Oder sowas Da frage ich mich eh Wie machen die denn das Wenn die halt dann Die gehobene Mathematik Oder irgendwas so Ja klar du hast ja nichts Auf dem du aufbauen kannst Weil ständig neue Leute Im Kurs sitzen Also das Ich meine Natürlich Hast du halt auch Also sind die halt nicht Auf dem Stand Auf dem sie sein sollten Was Englisch angeht Wenn da halt Leute sind Ja die kommen halt mal Einmal die Woche Dann gibt es welche Die kommen fünfmal die Woche Achso generell zur Schule kommen Ist auch schon freiwillig Nein 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 Aber in welchem Kurs du sitzt Achso Aber ich dachte die ganze Schule Ist international Das heißt dachte ich Jedes Unterrichtsfach ist Englisch Also in Englisch Nein 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 Also das ist jetzt irgendwie Englische Englisches Theater Genau Die haben halt nur Englisch Als Fremdsprache Und deswegen machen wir Den Theaterkurs auf Englisch Achso Nein 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 Gott nein Also die Die haben so eine Basic Probleme im Englischen Ja aber ich meine Wie du sagtest Irgendwann Irgendwann gibt es ja dann halt So richtig Prüfungsrelevante Ja oder wie gesagt Wenn du Das ist doch Wahnsinn Also arbeiten musst Das oder keiner von denen Kann in einem Sportverein sein Also einfach halt nur so Basic Sachen Wo du halt Du kannst den ja nicht Ne wieso Das mach ich nicht Ne will ich nicht Ja dann mach ich es halt nicht Ja dann Nicht Ich kann dich halt jetzt nicht Rausschmeißen aus dem Kurs Weil du hier festsitzt Das heißt die anderen Lehrkräfte Die festen Lehrkräfte Müssten eigentlich in ihren Unterricht Ständig wiederholen Wie du sagtest Sie können ja nicht Einen Schritt vorwärts gehen Auch wenn die sagen von wegen Ey wir sind hier Drei Viertel sind immer die gleichen Aber ich muss für den Viertel Der sich immer wechselt Muss ich es halt ja immer wiederholen Das heißt es tut mir leid Ihr werdet super Dieses eine scheiß Thema wissen Aber das ist halt alles Was ich das ganze Jahr über mache Aber das sind die Kommt halt auch tageweise Die können sich tageweise Umentscheiden Was sie machen wollen Und also ich meine Du kommst halt nicht mal Wenn du halt selbst denkst Irgendwie du machst jetzt Ich meine Woche hin Planen die die Woche voraus Planen die den Tag voraus Planen die den Monat Eigentlich musst du ja nur hinkommen Und gucken was passiert Du musst ja den Schülern Nur ein bisschen voraus sein Nein ich meine die Schüler selber Achso nein die Schüler können Jeden Tag machen was sie wollen Das heißt auch die können Hingehen zur Schule Und sagen Ey ich hatte vor Zwei Physikeinheiten Eine Manövmatik Zwei Sport Und dann sind die halt In Physik Und sagen Ne ich gehe nach Hause Ne das dann müssen sie schon Im Unterricht sitzen bleiben Oh wenn sie halt sagen Ja ich will nicht mitmachen Das finde ich doof das Thema Okay Ich meine aber danach Also wenn sie Eine Einheit gemacht haben Und danach Können sie dann gehen Oder muss jeder Keine Ahnung Jeden Tag mindestens Fünf Stunden in der Schule sein Ja ich glaube das Ja ich glaube das Ein normales Stundenpensum Die hat auch Die Woche ist jeder irgendwie raus Und hat ein Einzelgespräch Mit einem Lehrer von denen Äh das ist ja voll Ich finde das halt irgendwie so Irgendwie fasziniert Weil ich wahrscheinlich Das viel verstehe Aber ich denke dann immer so was wie Ist da nicht auch die Gefahr Dass ich als Schüler Einfach nur das wähle Was mir liegt Und ich sage von wegen Alter ich mag Sport Und bin voll blöd in Sprachen Und Naturwissenschaften Ja natürlich Ich mache nur Sport Die ganze Woche durch Also Sport geht nicht Die haben halt da Die Wahl zwischen Sprachen Englisch und Naturwissenschaften Aber trotzdem Ich meine ja klar Wenn du halt in Naturwissenschaften Besser bist Dann gehst du halt nie zu Sprachen hin Ja genau Völlig egal Und dann setzt Ich meine und auch da Wenn du dich halt In deine Gruppe setzt Und lieber Fortnite besprichst Dann machst du das halt Und dich hält keiner davon ab Wahnsinn Und das wie gesagt irgendwie Das meinte dann Josh auch Dass die verstehen nicht mal Warum du ihnen sagst Sie sollen jetzt ruhig sein Ja ich meine Aber das Wie alt sind die? Elf bis dreizehn Ja aber da ist der Zug ja schon abgefahren Ja natürlich Das heißt die hatten ja vorher schon Entweder gar keinen Kindergarten Oder halt so eine Freie Keine Ahnung Erfühl dich Bis du raus willst Und dann gab es halt Zuhause auch Also klar ist halt irgendwie Das freie Entwickeln des Kindes Und die Neugier Also die Neugierde wecken Generell Ist ja nicht verkehrt Ja aber das muss man halt In den Bahnen Du musst denen halt auch Regeln beibringen Einfach das in den Bahnen lenken Weil natürlich kannst Also ich meine du kannst ja Vornehmens Das ist ja anders Du kannst die Leute ja nicht Behandeln wie Studierende Wo du halt sagst Du suchst dir dein Studienfach aus Und das ist das Was du wirklich im Leben Machen möchtest Aber du bist halt auch Ein Erwachsener Oder jetzt gerade Machen möchtest Ja aber du bist halt Ein Erwachsener Der die Vernunft Und die Disziplin besitzt Das dann auch zu machen Und das kannst du ja Von einem Elfjährigen Nicht erwarten Also ich meine Alleine Die haben halt einfach nicht Natürlich haben die nicht Die Disziplin Ich hatte mit elf Auch nicht die Disziplin Das eigenverantwortlich zu machen Das ist halt zu viel verlangt Von denen Und ich meine Natürlich sind sie halt Deswegen einfach auch Wie ich halt schon Mehrfach jetzt gesagt habe Schlecht in dem Das sind ja gewisse Überforderungen Die diese Schulform halt auch dann Ja klar Und dann so Ja nee Aber das organisiert sich dann selbst Ja aber ich meine Sie bekommen halt nicht mal Noten Am Ende des Jahres Also das ist halt das Wo die Eltern halt sagen Ja aber das ist nur Mit schlechten Noten Oder so Mit schlechter Erfahrung Ja aber vielleicht hätten sie auch Eine gewisse Lust daran Gute Noten zu bekommen Also als Ziele meinst du jetzt Ja oder halt Dass du halt Das Darf deswegen Ich meine So bei uns in der Schule War halt noch so Bei den Bundesjugendspielen Die Teilnehmerurkunde Ist halt nur ein Stempel Dass du versagt hast Schriftlich Und halt nichts Naja Was du feiern solltest Also ich meine Es geht halt nicht darum Um es teilnehmen Sondern es geht halt schon darum Dass du den Ehrgeiz aufbringst Irgendwie die besseren Urkunden Die Sieger oder die Ehrenurkunde Die abzuholen Und das Dass wenn jeder Eine Teilnehmerurkunde bekommt Ja Dann fehlt dir halt Also ich meine Klar dann sind halt alle gleich Und dann hast du halt Keinen dafür bestraft Nicht besonders guten Sport zu sein Aber du schaffst auch Für die Leute keinen Anreiz Und nicht dieses Erfolgserlebnis Dass du sagst so Ja Ich hab mich sogar verbessert In den letzten Jahren So und das Das fehlt denen halt auch Weil die sich halt Die können sich halt nicht verbessern Weil das ist egal Oh hier du bekommst ein Blau Naja ich meine Da ist ja halt auch von den Eltern Irgendwie so ein Lebenskonzept Gewünscht Was die Kinder übernehmen wollen Ob sie es wollen oder nicht Weil sie ja auch nichts anderes kennen Und eventuell dann halt Später voll auf die Fresse fallen könnten Es kann ja halt dann auch sein Dass sie sagen von wegen Alter ich find's total super Und Keine Ahnung Bin danach im Irgendwie in freien Kommunenleben unterwegs Bin finanziert durch meine Eltern Warum auch immer Bin auf vielerlei Ebene Vielleicht engagiert Das kann ja halt auch sein Bloß halt habt leider nichts Also das kann ich sagen Die werden sich bei nichts engagieren Die sind Weil das fordert halt auch Einfach ganz krass Deren Ego denken Okay Also die können sich halt Nicht als Teil der Gruppe sehen Ja Also das Also die sind alles Inseln Die da rum Ja also dadurch Dass du einfach Ihnen schon mit Mit 10 und 11 Das Gefühl gibst So nee nee Ihr seid schon vernunftbegabte Menschen Ihr müsst euch nicht unterordnen Ihr müsst auch nicht Wenn ihr reden wollt Dann lebt euch aus Dadurch gibt es ihnen halt das Gefühl Naja Was ich will Ist halt schon am wichtigsten Und das hat einer so Oh mir ist kalt Und dreht halt die Heizung auf Wenn alle anderen im Raum In allen anderen zu warm ist Ja das ist dann wahrscheinlich auch die Hoffnung Dass die dann halt irgendwie In Gespräch Konfliktsituation etc. kommen Dass du dann immer sagst Malte Hilf mir zu heiß Mach aus Sagt er ja Aber mir ist halt kalt Deswegen mach ich es an Und dass du dann irgendwie Da macht einer das Fenster auf Während die Heizung an ist Alter Also das ist halt echt Die sehen halt nicht ein Dass ihre Wünsche Nicht immer absoluten Vorrang haben Ja das ist also es klingt Also es klingt aber auch so Dass das so die Basis Als allererstes gegeben müsste Was bedeutet denn freie Entscheidung Und wie schwierig ist halt auch Diese freie Entscheidung Und die freie Selbsteinschätzung Bla bla Dass die dann halt So generell an der Hand Geführt werden Sich zu entscheiden Und nicht sagen Entscheidung kann jeder fällen Ohne irgendwas vorweg Und das geht ja halt Wo sind die Grenzen Wo sorgen meine Entscheidungen dafür Dass jemand anders In seiner Freiheit eingeschränkt wird Ja Wo ist es Wenn ich mich laut unterhalte Im Raum Schränkt es jemand anderen In seiner Freiheit ein Gerade was für die Gruppe zu erklären Ja Also halt Ja so die Basics Ja eben Aber das wird denen halt nicht gesagt Sondern so Nee ihr müsst euch ausleben Und entfaltet euch Als Persönlichkeiten Als Mensch Ja wenn die Pädagogen Lehrkräfte da vor Ort Halt das schon so Ja ich meine Ja Gut Die verlorene Generation Da ist echt Aber wir sind doch erst Zwei Minuten noch näher Ja Aber echt faszinierend Ich finde es faszinierend Ich kann auch darüber weiterreden Nicht aktiv machen wollen Aber Naja die Bezahlung ist ganz gut dieses Mal Und das mit den Kollegen vom Theater Geht es halt auch Ganz gut Es ist ganz unterhaltsam Vor allem heute war es halt besser Wo wir zu zweit im Raum waren Also alleine mit neun Ging halt gar nicht Und heute waren wir zu zweit Mit 17 17, 18 Und das macht es halt wirklich Einfach viel Einfacher Weil sie dann Du bist dann halt echt einfach Immer zu zweit Auch wenn die Gruppe größer ist Und in so Übungen Haben sie halt auch mal Eine kurze Pause Und dann kommen andere dran Und Das macht es halt auch Viel einfacher Okay Ja Was sind deine Lieblingscomics Und zwar auf allen Ebenen Zwei Zwei Lief glaube ich Kannst du mir nochmal sagen Wer denn die Avengers alle sind Oh jetzt sind es ganz schön viele Aber im Kern sind es Also es waren nie immer gleich viel Oder was Nein im Kern sind es Iron Man Captain America Thor Black Widow Hawkeye Und der Hulk Wer ist Black Widow? Scarlett Johansson Nein Nein nicht wer spielt Sondern wer ist das für eine Figur? Achso eine ehemalige Agentin Die jetzt für S.H.I.E.L.D. arbeitet Also Mensch Und kein Mutant oder irgendwas Nein sie hat keine besonderen Kräfte So wie Batman ist sie Genau Oder wie Hawke Hat auch keine besonderen Kräfte Ach das ist der mit den Metallflügeln Nee Hawkeye Hawke ist der der mit Pfeil und Bogenschießt Der mit den Metallflügeln ist Falcon Ist ja verständlich Genau Und in Phase 3 endet es dann erstmal Und dann werden wahrscheinlich Ein paar Verträge nicht mehr verlängert Und dann wechselt das Heldenraster ein wenig Aber das Original Also der Comic Der gezeichnete Comic Wahrscheinlich aus den 50ern oder so Oder 30ern 60ern okay Die Avengers Da gab es auch wahrscheinlich schon von vornherein Eine feste Gruppe Ähm Nee Nein nein die wechselt auch immer Und viel stärker als in den Filmen Also am Ende sind dann halt viel größer Die Avengers in den Das ist so diese In den Comics League of Justice Justice League ja Genau die Justice League war das War zuerst Die DC Comics sind ja auch ein bisschen älter Also Superman und Batman Die Batman ist glaube ich 29 Und Superman 37 oder so Ähm 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 Genau DC DC ist auch viel älter als Verlag Und die hatten dann die Justice League of America Inzwischen nur noch Justice League Wofür steht DC? Ähm Detective Comics Detective Detective Comics Genau Detective Comics Ähm War auch die Die hießen vor allem anders Und Detective Comics war die Marke Oder die Serie In der der erste Batman Comic erschien Deswegen haben sie das als Namen beibehalten Marvel hieß früher auch nochmal irgendwie anders Ähm Genau und die Justice League of America war zuerst da Und ähm Dann hat Marvel nachgezogen mit einem Superhelden-Team-Up Den Avengers Und das waren am Anfang auch Thor, Iron Man und Hulk Ich glaube Und ähm Ant-Man Die damals noch Loki aufgehalten haben Und aus verschiedenen Ähm Verschiedenen Gründen ist das Raster im Film In den Filmen ein wenig anders Und war auch lange Zeit ein bisschen anders Aber das hat eher so lizenzrechtliche Ähm Sachen als Ursprung Also dass die Geschichte alleine war wie die ganzen Ähm Der erste Blade-Film Erinnerst du dich an den? Mit Wesley Snipes? Ja Blade, der Vampirjäger Ja Willst du raten, wie viel Marvel bekommen hat Für die Rechte an Blade? Also das war ein Marvel-Comic? Blade ist eine Marvel-Figur, genau Und für die Filmrechte Weiß ich, keine Ahnung 50.000 Dollar Scheint jetzt nicht so viel zu sein Ist nicht so viel Marvel war eine Zeit lang mal richtig pleite Und hat auf allen Seiten Lizenzen verkauft Und deswegen war das eine Zeit lang richtig konfus Also Marvel hat nicht nur die Filmlizenzen Für die eigenen Helden teilweise richtig günstig abgegeben Die haben teilweise mal ihre Aktenschränke verkauft Gefüllt Ja, um die Stromrechnung bezahlen zu können Und deswegen war Spider-Man Ist immer noch bei Sony Der, der wir und so waren bei Fox Ganz lange Zeit Und Marvel ist jetzt dabei Sich die Sachen halt langsam wieder zurückzuholen Der Einzige, der immer noch theoretisch bei Sony ist Ist Spider-Man Aber die Filme werden jetzt in Kooperation mit Marvel Zusammen gemacht Weil Sony eingesehen hat Dass sie keine Filme machen können Ich weiß jetzt noch nicht Was dein Lieblingscomic dabei war Oder generell wolltest du damit andeuten Dass du diese Avengers-Reihe total geil findest Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind Ich mag die Avengers-Reihe Ich meine Jetzt aus dem Ja, ich mag die Avengers-Reihe Ich freue mich auf das Ende Ich freue mich auf Captain Marvel Der in den 90ern spielt Das ist, glaube ich, auch nochmal ein netter Gag Captain Marvel? Ja Also es gibt von Marvel Comics Fang jetzt nicht mit Captain Marvel an, Dirk Das ist eine lange Geschichte Ich frage einfach, was er kann Sie Was kann sie denn? Oder meinst du den Original-Captain Marvel Der heute Shazam heißt Shazam Und Captain Marvel, der damals Shazam wie die App, die die Musikdinge Ja Hat das was miteinander zu tun? Ja, ich glaube nicht Kann sie besonders gut Musik erkennen? Nein, das, das war er Damals Können wir jetzt schon verwirken Captain Marvel War mehr oder weniger Superman Mit Zauberkräften War aber so Was heißt Superman mit Superman hat ja Kräfte Ja, genau Die für andere wie Zauberei wirken können Ja, und die von Captain Marvel Basierten tatsächlich auf Zauberei Immer wenn Also war Captain Marvel auch unsterblich Und unzerstörbar, bloß Ja, die Kraft von Herkules Die Weisheit von Solomon Und irgendwie so ein paar Sachen Also halt Basierend auf antiken griechischen Helden Und immer wenn Billy Baxter heißt der, glaube ich So ein Schuljunge Das Zauberwort Shazam sagt Verwandelt er sich in Captain Marvel Shazam Sag's nicht so laut Sonst verwandelst du dich wieder in Captain Marvel, Dirk Hast du eine Lektion nicht gelernt Ähm Da kommt übrigens auch bald ein Film raus Den auch Shazam heißt Und Captain Marvel war so eine dreiste Kopie von Superman Dass DC sie verklagen wollte Und die haben das dann Haben sich gütlich geeinigt Indem DC einfach die Captain Marvel Geschichten Weiter verlegt hat Dann hat Was den Captain Detective rausgebracht hat Dann hat DC längere Zeit Keine Captain Marvel Comics veröffentlicht Die Namensrechte sind verfallen Und daraufhin hat Marvel Einfach einen eigenen Helden geschaffen Namens Captain Marvel Nämlich den Kree Superhelden Mar-Vell Und später wurde dann Marvel-Kartell Ja Später wurde dann Carol Danvers Zu Captain Marvel Und ihre Geschichte ist halt auch die von Captain Marvel Dem Film, der jetzt im März rauskommt Es kommt ein Film namens Captain Marvel Genau, Captain Marvel Mit Brie Larson Und Jude Law spielt auch mit Ich möchte lösen Und Samuel L. Jackson ist wieder dabei Als jüngerer Agent Nick Fury Und Ben Mandelson Samuel L. Jackson ist auch 103 Ja, aber jetzt ist er Ist er digital verjüngt Samuel L. Jackson kennt ihr vielleicht aus Jurassic Park Ähm, ja Und, ähm, genau Captain Marvel Jetzt bei Marvel Auf jeden Fall Captain Marvel ist der nächste Marvel-Film Und dann ist das Avengers Endgame So Das ist dann Phase 3 beendet Und da spielen dann alle Avengers gegeneinander Und dann guckt, wer der Beste ist Es sind ja gar nicht mehr so viele da Wie? Es sind Superhelden gestorben? Die sind zu Staub zerfallen Ein Großteil ist zu Staub zerfallen Welche denn? Ähm, Bunky Der ist Bucky The Winter Soldier Falcon Black Panther Ähm, Vision Um den steht es auch gar nicht gut Ähm Das heißt, steht es gar nicht gut Ist er krank Im Gefängnis? Vision ist nur noch so ein grauer Körper Aber es kann sein, dass er als grauer Körper weiter Kann der als grauer Körper nicht gegen diesen blauen Körper Dr. Manhattan Das ist, äh, Watchmen Ja Ist ja auch ein Comic Ja, aber die gehören auch DC inzwischen Ja und? Können die nicht gegeneinander Achso, sind das zwei verschiedene Welten oder was? Ja Und verschiedene Verlage Das ist viel wichtiger Ja, da kann ich ja mal sagen Dass ich damals viel Mickey Mouse gelesen habe Mhm Die ich immer kacke fand Und nur die Donald Duck Comics Im geilsten Ja Ist es, weil Donald Duck keine Hose anhat? Stimmt, der hat nur so ein Seemannsoberteil immer an Ja Und man Seemannsfunk So wie du jetzt Ist aber auch warm bei dir Ja Vor allem bis zur Hüfte Dieser Schweelbrand Was waren so deine ersten Comics, die dir in den Händen Ich glaube auch, dass du das lustige Tasche bruchst Bist du hier in einer US-Besatzungszone groß geworden, ne? In der englischen In der englischen, achso Ja, das sind ja so typisch englische Comics Captain Bean Ich weiß es gar nicht Also ich Lorry Man Ist das Modesty Place britisch? Mir fällt gerade Also ich Groß geworden bin ich mit dem lustigen Taschenbuch auch Das ist echt lustig Die Mad Comics Echt? Ja Ich kannte nur die Serie Mad Magazine Die Serie Die Serie kannte ich ewig nicht Okay Also ich kannte die Comics Die auch Der UPS-Mann oder wie heißt der denn? Der Knaller Die sind echt furchtbar, die Comics Also echt Spion, Spion fand ich mal sehr nervig Stimmt Das fand ich gut, wollte ich mal sagen Und tatsächlich die Spider-Man Comics Also da bin ich auch so mitten in der Klon-Saga groß geworden Ich war letztens in Stuttgart und habe irgendwie draußen vor so einem komischen Schön, dass ich unterbreche Ja, bitte Vor so einem Pornshop gesehen, da wurden Ganz kurz Pornshop P-A-W-N oder P-O-R-N Im Laden der Pornos verkauft Kann man sich gar nicht vorstellen Der jedenfalls verkauft die DVDs Das fand ich auch schon sehr bizarr Gebrauchte, unter anderem auch gebrauchte Comics Und hat halt den Spinnenmann verkauft Also weil am Anfang war ja halt Spider-Man als auch Superman Der Supermann und der Spinnenmann War es nicht die Spinne? Oder die Spinne Also ich meine nämlich Also bei mir war es schon die Übergangszeit Da war es immer Spider-Man, die Spinne Okay Und ich, also er wurde in den Comics noch öfter Spinne genannt Ja Ja, also ich, deswegen Aber vielleicht war es auch davor auch Spinnenmann Aber Und da gab es doch diese bescheuerten Comics Immer von, was war es, Sparkasse oder was? Oh ja, Spari und Spasti Die habe ich mal verwechselt mit Die sahen so ähnlich aus wie die Fixe und Foxy-Comics Ja, ja genau Oder waren das Fixe und Foxy? Ja, ja, ja Das müssen die gleichen Zeichner gewesen sein Oder die gleiche Firma Ja, okay Fix und Foxy war noch diese Äh, was war das? Wie, zwei Füchse Einer hat einen gelben, einer hat einen blauen Ja, aber die hatten auch immer noch so einen Onkel oder sowas Der immer aussah wie so ein Mit so einem langen Gesicht Wie so ein Wolf oder Lupo hieß der nicht? Oder war Lupo der? Ja, dann würde Wolf ja Sinn ergeben Ja Ja Aber hieß nicht Lupo auch der Hund? Ne, Pluto hieß der Hund Pluto Das war auch geil, dass halt irgendwie Da nur Mäuse und Enten und Hunde auch rumlaufen Als menschliche Figur Aber gleich sieht er auch Hunde als Hunde in Entenhausen rumlaufen Weil zum Beispiel Kommissar Hunter oder Hunter ist ja halt ein Hund Und Pluto ist ja auch ein Hund Bloß Pluto ist halt der Hund, der echt nichts kann außer bellen und keine Fälle löst Das ist die Sklavenklasse Ja, genau Die Ja, ich hatte Ich hatte Letztens, als ich das gehört habe, darüber nachgedacht Dass ich in den 90ern auch ganz krass gesammelt Habe ich die Beavis Embutted Comics Oh Gott Die waren ja total Die sind bestimmt richtig viel wert jetzt Die habe ich glaube ich alle weggehauen Das war ein Scherz Achso Also das kann ich auch sagen für alle Ich habe halt so viel sinnloses Hintergrundwissen dazu auch Das war in den 90ern fängt es an Dass plötzlich die ersten Superman, die ersten Batman, die ersten Spider-Man Comics verkauft wurden Und dann haben wir alle mehrere hunderttausend gemacht Weil die halt selten waren Und dann fing es in den 90ern so Die ersten Deutschen oder die ersten Die ersten internationalen Ich meine die ersten Deutschen sind sicherlich auch was wert Aber Nicht so Ja Also gerade Superman und so ist wahrscheinlich nicht 29 Oder ist nicht in den 30ern hier erschienen Da hatte Deutschland glaube ich andere Sorgen Oder es war der Nazi-Superman So Ja Aber ich kann mir nicht vorstellen Dass damals halt Comics es rüber geschafft hätten Nach Deutschland Also ich glaube auch Spider-Man sicherlich mit Verspätung Und die waren halt mega wertvoll Und dann hat die Comic-Industrie versucht Leuten einzureden Sehr investiert in Comics Wir machen halt so Limited Edition Sammler-Ausgaben Und die Leute haben halt Haben die halt teilweise irgendwie wirklich gesammelt Und noch original verpackt gelassen Und dadurch, dass die Comic-Verlage Aber so viel Geld damit machen wollten Haben sie halt einfach so viele gedruckt Von dieser Limited Edition Dass die nichts wert ist Also irgendwie Ich glaube die erste Ausgabe von Spawn Die ist halt so ein Beispiel Ein übelst langer Mantel Dieser Teufels-Superman Ja, gab es auch mal eine richtig schlimme Realverfilmung Mit Martin Sheen Ich glaube den fand ich gar nicht schlecht Äh, Michael Sheen Ja, schau dir den jetzt mal nochmal an Ja, ich weiß Irgendwie so ein dicker, komischer Teufel Ja, so Clown Clown, ja, ja Und die erste Original-Ausgabe ist Heute im Original verpackt 40 Dollar wert Oh, das finde ich viel Du musst sie aber vorher schätzen lassen Was ungefähr 40 Dollar kostet Und es gibt halt ganze Lagerhäuser Die voll sind mit dem Scheiß Mit diesen ganzen Sammler-Editionen Von irgendwelchen Comics Also dass alle Leute, die da damals irgendwie Geld daran investiert haben So wie bei uns mit Bitcoin Ja Damals war es auch total in den 90ern Alte Mickey-Maus-Comics zu sammeln Auf allen möglichen Flohmärkten Da gab es halt die dann für 2 Mark Die dann halt im Ursprung mal halt Weiß nicht, 50 Pfennig oder so Gekostet haben Da hatte ich halt auch einen richtigen Stapel Ich habe da richtig viel gesammelt Weil ich dachte von wegen irgendwann Aber eigentlich habe ich die in ehrlicher Weise Auch alle gelesen Und die waren halt auch alle Sehr krass zerlesen Sag ich jetzt mal Ja, wie halt so Kinder Also vor allem diese Taschenbücher Ja, also in den 90ern War ich jetzt kein Kind mehr Aber ja Ja, aber ich meine diese Taschenbücher Ich meine, ja, aber es sind ja Kinderbücher Und wenn du dir halt Secondhand kaufst Ja Genau Und halt die Taschenbuchqualität Ist halt Ja, also Taschenbuch war es nicht Es waren nur die Hefte, die ich gesammelt habe Aber da hatte ich dann Also Quatsch, ich nicht Sondern damaliger Schulfreund Torben Der hat halt die allererste Ausgabe Der Mickey Mouse gehabt Die war auch in Folie gefasst Und meinte, das war richtig was wert Und den habe ich jetzt Letzten Weihnachten wieder getroffen Und habe dann irgendwie Mit dem mal drüber gequatscht Oder das angemerkt Und der meinte Das Ding wurde mal geschätzt Oder geprüft oder sowas Und kam halt raus Dass es eine krasse Fälschung war Und der wusste halt nicht Und die ganze Familie dachte halt immer Das ist eine richtig Ja, das ist die Altersvorsorge Ja, das die mal für ausgegeben haben Okay Krass Ja Ich hatte zeitweise auch Simpsons Comics Stimmt Ja, das gab es auch mal ja Ja, die gibt es immer noch Echt? Ja Es gibt mittlerweile sogar Das habe ich auf irgendeinem Flughafen Ich glaube in Stuttgart Oder so gesehen Wie heißt es nochmal Der dicke, kleine, doofe Der mit Bart in der Schule ist Ralph Genau, es gibt einen Ralph-Comic Yes Steht dann da wie Ist this a comic about me? Crazy Und leckt halt gerade irgendwie So ein Lolli Der komplett verklebt mit Fusseln Alles ist Also es gab glaube ich Sehr viele Spin-off-Comics Ja jetzt mal Es gab auch Ein Flanders-Comic Eigentlich sind es halt Immer die gleichen Sachen Also da haben die Zeichner Sich dann natürlich nur Auf die Figur konzentriert Aber alle anderen Figuren Tauchen auf Und das ist in der Simpsons-Welt ja enorm viel Was du eigentlich da An den Spin-off-Figuren Machen könntest Ich glaube es gibt halt auch Ein Blob und Blob Comic oder was Also die außerirdischen Die immer auftauchen Kang und Krang Ja Und ich glaube dann nochmal Eine separate Halloween-Reihe Weil das sind ja auch Dann immer so The Treehouse of Horror Genau Das sind ja auch immer Ziemlich geile Richtungen Die da rauskommen Ja Dann habe ich dann halt Auch damals angefangen Die ganzen uralt Deutschen Comic-Heftchen Von Superman Zu sammeln Und Welche ich sehr geil fand War Gespenstergeschichten Dieses Bastai-Lübbe-Ding Die hatte ich auch Ja Also die halt Total Auch schrecklich gezeichnet So 70er-Zeichnung Also die Männer Sahen halt alle Auch so ein bisschen Wie He-Man Mit den blonden Haaren Leicht übers Ohr rüber Ein bisschen Nacken Und sowas Und dann halt auch immer Früher zum Schluss Dann mit diesem kleinen Moralischen Von wegen Ja hätte er das Amulett Des Teufels nicht genommen Dann würde er jetzt Nicht in der Sonst was stecken Ja Das kommt davon Wenn man einen Deal Mit dem Teufel Abschließt Genau und immer Immer sowas Und im Nachhinein Habe ich irgendwie gedacht Die wären voll gruselig Da habe ich mir später Nochmal welche geholt Und gemerkt Dass halt immer Irgendwelche Sachen Wo man jetzt was zweigen könnte Wäre es halt immer Weg oder Oder so ein bisschen Blurrig oder sowas Und Ich fand die für damals Aber echt ganz schön Schon ganz schön gruselig Und ich weiß An einen kann ich mich Also für damals Jetzt aus der Erinnerung An einen kann ich mich erinnern Den fand ich auch Also Da habe ich mir richtig gemerkt Es gab irgendwie was Wo es halt so einen Radioaktiven Unfall gab So tausend Jahre später Wow Und Dann Die Welt Unsere Welt War so als Museum erhalten Und die ganzen Opfer Dieser strahlen Welt Sind durch so ein Museum gegangen Und Dann haben sie versucht Zu rekonstruieren Wie wir gelebt haben Also Ohne halt irgendwie Das Wissen Und so Ja die Frau Frau schiebt halt so einen Staubsauger Und so Ja hier führt sie ihren Roboter Hund Gassi Und So halt Und das Wie die ganzen absurden Alltagsbeschreibungen Wie das halt für Außenstehende wirkt Das war halt echt ganz geil Hast du denn Comics gesammelt? Ein paar von Spider-Man Okay Aber auch nie lange Und nie viel Ja Hast du Asterix und Obelix gelesen? Nur was ich musste Für die Schule Latein Also Asterix und Obelix Gibt es ja auch in Latein Ja Also ich meine Die normalen sind ja auch immer wieder mit Zitaten Also Ich glaube daher habe ich Siegtranse Gloria Mundi So ein bisschen verinnerlicht Und Ja ich meine Die Klassischen Das sind halt genau die klassischen Lateinischen Zitate Vene Vidi Viki Und so Die immer kurz mal erklärt werden Was war das? Ich kam, sah und siegte Das also so ein paar Also die habe ich glaube ich Also weil mein Stiefvater hatte die Und dann habe ich die Soweit es geht glaube ich Alle Alle gesammelt Und ich Ich fand mit Abstand Operation Hinkelstein Also da wo das einzige Cover Obelix ganz vorne war Ja Und nicht Asterix Das hieß dann irgendwie Obelix Operation Hinkelstein Nee Quatsch Das Operation Hinkelstein War einer der Filme Nee Obelix GmbH Oder also irgendwie so Wo Obelix anfängt Hinkelsteine Massenhaft irgendwie Aus dem Berg zu schlagen Und dann Zu verkaufen Und Treibt einen ganz großen Handel Damit und sowas Und es wird immer beliebter Und alle anderen machen halt auch mit Ich glaube die ganzen Gallier Merken dass die halt In Rom total drauf stehen Und Und ihre Villen und alles So mit Hinkelsteinen aufhübschen Und sehen da halt Gute Kooperation Anstatt die Römer platt zu machen Wird mit denen Handel getrieben Und Das ist halt Das war irgendwie damals so Weil ich totaler Obelix Fan War Mein Ding Weil ich immer so dachte so Oh Dieser kleine Arrogante Pisser Asterix Der immer alles richtig macht Und erklärt Obelix immer was Falsch und sonst was Und alle erklären ihn tausendmal Dass er als Kind da in den Trank gefallen ist Und ich denke ja Da kann er nichts dafür Und außerdem findet er halt den Total geil Und auch diesen Push Und jedes Mal Wenn dieser heiße Tolle Zaubertrank gebraut Darf er nicht hin Und das fand ich auch immer Total süß Wie er sich dann versucht hat Zu verkleiden Dann irgendwie mal den Helm abgenommen Und hat sich dann halt irgendwie Eine Perücke aufgesetzt Und sagt Nein Ich bin die zarte Mathilde Ja oh Ich komm nach hinten Du darfst hier nicht ran So Das fand ich irgendwie ganz Ganz cool Die fand ich Also die lagen bei mir immer beim Arzt Deswegen hatte ich auch nie welche Also entweder Du warst sehr oft beim Arzt Entweder beim Arzt Oder beim Zahnarzt Okay Ja aber die Asterix Und das Obelix Comics Das waren ja keine monatlichen Sondern es kam ja Alle sechs Monate wahrscheinlich Oder jedes Jahr mehr einer raus Und dann gab es halt nie so viele neue Und wenn man die am Kiosk gesehen hat Dann waren es halt die gleichen Irgendwie die ich vom Arzt kannte Oderzo und Groschini glaube ich Hießen die Zeichner Und einer ist verstorben Ich weiß nicht ob es Zeichner war Oder Text Aber die sind halt immer noch An den ganzen Bahnhofs Verlägen oder Verlagen Diese Na Zeitschriftenhandel Da sind die halt immer noch Liegen die halt immer noch rum Also ich war gestern in Mannheim Oder sowas Und da habe ich dann auch Wieder da rumliegen Und ich dachte Das ist so geil Was dann total an mir vorbeigeht Aber das ist glaube ich auch Weil das so eine Nuller Zehner Sache ist Es Hygiene So Und die ganze Manga Manga-Action-Sache Die jetzt halt mittlerweile Hier in Europa ist Ja Das war so in den 90ern auch schon Ja ich meine aber Dass du die ganzen Manga-Bücher In den ganzen Überall in allen Zeitschriften Eine Manga-Reihe hast Früher muss es nur noch In den Buchhandel gehen Genau Und das Das merke ich Wenn ich jetzt halt irgendwie Am Bahnhof bin Und dann mir alles schon anschaut Und es ist von der Zeichnung so Da passiert gar nichts Also ich erinnere mich damals An Mila Superstars War so eines der ersten Dinger Ich weiß nicht Ob das Manga oder einfach nur Anime Also Anime Als Serie heißt es Anime Also nur Manga ist nur Manga ist nur der Comic Ja okay Ja Aber da ist halt irgendwie Was zu meiner Zeit So beliebt war Was ich gehasst habe Pikachu Dragon Ball Ach scheiße Das war auch so eine asiatische Action-Serie Hame Hame Ha Es ist so ein bisschen auch Die Grundlage für One Punch Man Was ich sehr unterhaltsam finde Ja Immer gut wenn wir gleichzeitig Was trinken Ja Mega gut Ähm Ähm Nee Dragon Ball Irgendwo ist immer noch Nur irgendwelche Kämpfe mit Außerirdischen Zauberenergie Monsterwesen Äh Äh Das ist ja Auch der Zeichenstil ist auch Unanschaubar Was ist denn von Äh Was hältst du von Comic Serien Was waren denn so deine ersten Serien Ähm Es gab damals so eine Spider-Man Serie Vor Spider-Man and Friends Ja es gab ja irgendwie zwei Spidey Serien Oder Also ich hab damals Es gab Es gab Also Zwei alte und dann gab es halt die neue Das war ähm Spider-Man aus den 90ern Weil ich hab damals Also es war ja dann quasi fünf Jahre vor dir Ähm Auf meinem Ich glaube Kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher Heimlich morgens Um äh Acht Uhr in Fernsehen gemacht Am Samstag Und dann hab ich ähm Spider-Man 2000 Und Spider-Man and his Friends gesehen Mhm Und das war immer so ein bisschen Unterschiedliche Zeichnungen Ähm Und bei Friends war glaube ich Immer nur Iceman Und noch irgendwie Firestar Genau Es war immer nur drei oder sowas Ja ja das sind seine beiden Freunde Ach der hat nicht mehr Achso okay Ich kenn ich das Wealth and fame He's ignored Action is His reward Und dann fand ich Total geil immer wenn Es gab so eine Sache Wenn die Bösewichte wieder kam Und das war halt irgendwie So ein verrückter Professor Der sein wollte wie Spider-Man Und der hat irgendwie übertrieben Und da war sein ganzer Unterkörper war eine Spinne Und dem fand ich Total gruselig Die Serie wurde auch Fritz Quelle des ominösen Hintergrundwissens Die wurde abgesetzt Weil es einen Streit Zwischen den Comic-Leuten Und Fox Kids gab Die das produziert haben Fox Kids Genau Also das lief morgens auf Fox Tochtergesellschaft von Fox Oder sowas Genau Genau Also Fox Den ja auch X-Men bis Vor kurzem gehörte Und die haben halt Ganz viele Marvel-Serien gemacht Auch eine X-Men-Serie Und Die hatten sich mit den Marvel-Leuten Gestritten Also da gab es irgendeine Auseinandersetzung Weil an sich lief die Serie gut Und die Serie war auch super Und genau Da gab es halt so Leute Wie den Den Typ mit dem Spinnenunterkörper Spider-Man ist auch einmal selber Hat sich einmal selber In so einen riesen Spinnenmonster verwandelt Ja Das war eine gute Serie Für Spider-Man Die Spider-Man Friends Die gab es noch Davor Die hatte ich da Also halt nur so Halbbewusst gesehen Da war ich wirklich noch sehr jung Und so eine ganz komische Spider-Man-Serie Wo er immer nur Gegen den grünen Kobold Und Gegen Dr. Octopus gekämpft hat Und ich glaube noch Gegen einen anderen vielleicht Gegen dieses Krokodil Oh, die Echse Ja Und da war immer noch Da hat sich die Musik So in meinen Kopf eingebrannt Musik Die ganzen Memes Die ganzen Spider-Man-Memes Kommen aus der Serie Die ich gerade beschreibe Okay Und das war immer so Da 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 Ah, okay Da 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 Ja Und das loopte Die ganze Zeit So bei allen Bewegungen Das war so unanschaubbar Das klingt aber auch Wie jede Übergangsmusik Einer 90er-Serie Ja Also wenn ich irgendwie Ein A-Team Knight Rider Zurück in die Vergangenheit Transformers auch Ah ja, okay Da 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 Ah, da fällt mir gleich Irgendwie an Braveheart Äh, Quatsch Braveheart Bravestar Aber das sind ja keine Comics Im eigentlichen Sinne Also die basieren nicht auf Comics Ja gut Aber es ist halt eine Comicserie Ja, ja Also zeichne ich so hin Aber also die Basiert auf wahren Charakter Genau Von Transformers zum Beispiel Gab's später Comics Aber eigentlich basiert die Serie Nicht auf Comics Sondern auf den Spielzeugen Irgendein japanischer Hersteller hat halt Diese Spielzeuge hergestellt Und die Amerikaner Haben gesagt Ach, mach mal eine Serie davon Damit die Kinder das kaufen Das haben sie ja bei vielen Dingen Ja, ja, ja Aber da halt wirklich So dreist zu sagen So, ja Wir haben halt hier die Rechte An diesen komischen Spielzeugen Lasst euch mal was einfallen Damit die Kinder das wollen Mask Stimmt Oder kennst du noch Was heißt denn inzwischen Weil einer eine Geschlechtsanwanderung gemacht hat Achso Davor waren es zwei Brüder Was war ich denn hier Ich wollte genau den Gag grad machen Ähm Gut gelandet Ähm Und die Die Matrix Filme gemacht haben Und die haben die Rechte an Speed Racer gekauft Und dann einen Speed Racer Film gemacht Der unan Also ich hab mal fünf Minuten davon durchgehalten Und in dem Podcast Den ich heute gehört hab Ging es halt auch darum Den kann man sich nicht ansehen Der ist so furchtbar Ja Aber das ist Also das ist tatsächlich ein Anime Hast du Captain Planet gesehen? Hell der Erde Ist das der Der Kämpft Dass unsere Umwelt sauber werde Ja Feuer Wasser Liebe Ja der war immer ganz beliebt Das war der kleine asiatische Junge Äh Brasilianer glaube ich Ja genau Ja genau Das fand ich aber ganz geil eigentlich Weil das war ja total So ein moralischen Dass zum Schluss Captain Planet immer nochmal sagt Und wenn ihr Wiffigkeiten Erschmeißt Plastik Für Plastik Ja Captain Planet Das ist so ein bisschen Fällt mir gerade ein Ähm Hast du Mr. T-Comic gesehen? Ja Ja klar Das war halt auch geil Wenn am Anfang und am Ende Siehst du halt immer Mr. T Auf dem Spielplatz Milchtrinkend Genau Und dann den Kindern Von wegen Hä Mr. T Wört mal so stark wie Sie Ja Kinder Das könnt ihr ganz einfach mal In dem Hemen Eure Milch trinken Okay Oh Gott Ich bin Laktose Bis zur nächsten Woche Das ist auch so Dass der im Comic Immer mit so einem Bus Von so Leistungssportlerkindern Immer irgendwo hingefahren ist Wegen irgendwelchen Medaillen Und nebenbei dann so Verbrechen gelöst hat Ja ja Da kam zum Comic Mr. T Auch einiges raus Was dann noch so lief Mit den Leistungssportlerkindern Der sitzt heute Im Zeichentrickgefängnis Ja dann gehen wir direkt Zu Scooby-Doo Ist das aus den 70ern Oder ist Zeichnung Nur so 70erhaft Scooby-Doo ist 60er sogar Würde ich sagen 60er 70er Also Scooby-Doo lief Über die Jahrzehnte Immer mal wieder Scooby-Doo-Bee-Doo Where are you Von Hanna-Barbera Ja Meine ich Die auch Die auch die Simpsons Und die Flintstones Gemacht haben Flintstones 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 Baby Aber Aber Ja Aber auch gern gesehen Ich wollte früher Mal einen Brontosaurier-Burger haben Das war auch Eine witzige Serie Für damals Heute Unanschaubar Sicherlich Was ich total geil finde Kennst du noch Jogi Bär? Ja Der in den Welchen Freizeit-Nationalpark Lebt der? Im Yosemite? Ne, nicht Yosemite Und wie ist sein kleiner Freund? Ey, das ist dann Der hätte doch immer Jogi Bär und Puh Quatsch Puh Bär ist ja schon Wie ein anderer Comic Zauber aber Die Comics Am laufenden Band raus Jogi Bär und Kiddy Bär? Ja genau Kiddy Bär Himmlich Bär Kiddy Bär Klitt Bär Weiß ich nicht Ich auch nicht Yellowstone Yellowstone Nationalpark Das war das Geile Dass die immer nur rumliefen Ich glaube beide hatten irgendwie einen Hut einmal auf Und eine Krawatte Und eine Krawatte, genau Und einen Kragen zur Krawatte Ja und die tauchten irgendwo nur auf Und alle hatten totalen Schiss Und sind weggerannt Und die Zelte Und alles abgerissen Und die sind Weil die alle natürlich gesehen haben Bären Und die Und gingen dann immer hin Und aßen dann halt Ein leckerer Picknickkorb Wie hieß denn nochmal die Diese Zukunftsfamilie? Statsons? Die Jetsons Jetsons Da gibt es auch eine Da gibt es eine Realverfilmung von Jogi Bär Mit dem echten Jogi Bär? Mit dem echten Jogi Bär Und den Park Ranger Spielt der Der den großen Bruder von JD in Scrubs spielt Ah ja ja Also ne So random Mit so schiefes Gesicht glaube ich Ja 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 Random hinter dem Der spielt auch in der Flash Serie mit Ah Genau Auf dem Von Warner Brothers Network Von denen auch Green Arrow ist Und Supergirl Supergirls don't fly Raven? Nein Ja Ähm Und Legends of Tomorrow Ist auch von denen Hast du Turtles damals gesehen? Ja Das fand ich ja irgendwie cool Jetzt sehr peinlich Turtles auch ein Comic Aber die Bösewicht Die haben geil Turtles als Parodie entstanden Auf Daredevil Wie sind die? Bebop Und Rocksteady Bebop und Rocksteady Und Schradder Ah Schönen Gruß an Peter Ähm Und die Es hieß Das war auch das komische Die waren auch aus der Phantomzone Oder sind in die Phantomzone Gebeamt worden Oder sowas Wer Und das ist das komische Das ist ja dieselbe Krang Also hier gibt es ja auch In der Superman Welt Gibt es ja auch die Phantomzone Und die haben ja gar nichts So ein Sammelbegriff Die Phantomzone ist auch die Zone Äh Zone wo die Outrider Bei Saber Rider herkommen Outriders Ja Und ihre mächtigen Renegade Einheiten Äh was ich ja ganz gerne So aktuelle Comicserie Ähm Voltron Legendary Defender Äh Netflix Serie Okay Halt so ein bisschen In so einem leichten Anime Stil Voltron Okay Fünf mächtige Kampfroboter Formen zusammen Den riesen Kampfroboter Voltron Ach du Scheiß Das kannst du dir reinziehen Das ist richtig Die Serie ist richtig gut Ist das nicht so ein So ein schnelles Ding Dass du kurz vorm Epileptischen bist Nein 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 die Serie Die Serie ist wirklich gut Die ist super unterhaltsam Du kannst gut beim Training So wegsehen Ja Ähm Und die ist halt so gemacht Dass auch Erwachsene Spaß Daran haben können Ja da ist dann natürlich Auch Bojack Total geile Scheiß Ja stimmt Die ganzen Sachen Erwachsene Bojack Ja Ich gucke auch ganz gerne Äh F Stands for Family Da bin ich nicht so reingekommen Aber Ja die Bill Burr Serie Ist Achso stimmt Bill Burr Dieser Comedian Ja ja Alle beleidigen Alle hasst Geschrieben produziert Und spricht glaube ich auch Die Ja und so ist Basiert so grob Auf seiner eigenen Kindheit Also nicht nur Seine eigene Kindheit Aber halt so diese Zeit In der er aufgewachsen ist Sein Vater hat beim Flughafen gearbeitet Nein Das weiß ich nicht Aber er meint halt Aber ganz viele Sachen Dass du halt ständig Angst Dein Vater war halt Eine Figur vor der du Angst hattest Okay Weil er halt dich anschreit Wenn er auf einem harten Tag Von der Arbeit kommt Ja so ein bisschen wie Die Seventeen Show Wo der Vater halt auch so eine Ja genau Eigentlich genau so Bloß der ist ein bisschen Der ist ein bisschen Sag ich jetzt mal Besser positioniert im Leben Obwohl der ist ja auch Irgendwann arbeitslos Ja der ist auch Aber auf jeden Fall Ist er von der Art Ein bisschen härter Als der Der andere Das ist so ein bisschen mehr Elbandi mäßig Bei F Stands for Family Weil eben alles so passiert Und da denkt man Scheiß Das ganze Leben Scheiß Ja was hast du denn noch Für gute Comicfilme Also für Comicfilme Die du magst Mir fällt gerade an Ein dass ich als Kind In einem Land Vor unserer Zeit War Littlefoot Petri Der Das war die Zeit Der Dinosaurier Wo alle Dinosaurier Irgendwie geil fanden Sonst was Da hatte ich glaube ich Pippi in den Augen Im Kino Das war mir total peinlich Weil ich als kleiner Pöks mit meiner Mama Im Kino war Ich weiß nicht Ob das irgendwie 87, 88 war Das war Generell Was ich nicht gesehen habe War Ariel die Meerjungfrau Also die ganzen Du bist doch so ein Disneyfreak So ein Disneycomic Da kam ich irgendwie Die sind so billig Gezeichnet Immer so Der einzige Den ich verstehen kann Also die älteren Den du halt auch Den du ja so liebst Ist hier Robin Hood Ja Den finde ich halt auch Sehr sehr gut Weil die Figuren halt Weiß nicht jetzt Ob die alle so gezeichnet wurden Dass sie von vornherein Sich selbst Ich möchte übrigens mal Zur Protokoll geben Ich wehre mich dagegen Die ganzen Zeichentricks Sachen automatisch Als Comics zu bezeichnen Ähm Ja Aber Robin Hood entstand Größtenteils auch So Animationssachen Die vom Dschungelbuch übrig geblieben sind Den fand ich schön Die haben sich ja immer So Animationsphasen geteilt Ja Ähm Wenn du die Sachen So eins zu eins Gegeneinander vergleichst Dann siehst du das auch Weltgemütlichkeit Mit Ruhe Und Gemütlichkeit Ähm Ja 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 Der ja auch Jetzt eine Serie Auf Netflix ist glaube ich Mowgli Ich dachte es gab den Kinofilm Ja ja Aber das gibt es jetzt auch Als Netflix Serie Okay Habe ich eigentlich Ganz gutes von gehört Aber man kommt ja zu nichts Welchen ich nie gesehen habe Ähm Und ich glaube Brownie Äh Mindestens einmal im Jahr sieht Äh Ist ähm Scheiße Das glaube ich auch Dieser Disney Film Dieses Afrika Ähm Kimba Löwen König der Löwen König der Löwen Gottes Willen Hat aber lang gedauert Auf König der Löwen Zu kommen Du bist ja auch selber Nicht drauf gekommen Bei deiner Beschreibung Hallo Afrika Afrika Disney Aber da fängt man mit Löwen an Und nicht mit Afrika Bitte Bei Afrika Dachte ich an sowas wie Die Götter müssten verrückt sein Ja das ist ja ein bekannter Comic Oder die Wüste lebt Äh Die Wüste lebt ist doch kein Comic Ne aber das ist bei Afrika als erstes Ja siehste Ja Naja Long live the king Aber den hat glaube ich Brownie tausendmal gesehen Hm Als Der jetzt auch einen Realfilm bekommt Wie alle Brownie Disney Aladdin Disney Aladdin auch Brownie Der Film Mit Will Smith als Genie Da finde ich ja die Bud Spencer Verfilmung ganz gut Schau dir gerne Aladdin Ist auf jeden Fall gut Ähm Ja Ähm Äh Ich bin Ich Ich hab Diese ganzen Disney Dinger Irgendwie nicht so Die alten Finde ich schön Welcher schön ist Ist diese Mischung Ähm Mary Poppins Das ist glaube ich auch Disney oder Ja Da ist ja auch sehr viel Comic im Film drin Ja Auch revolutionäre Technik für damals Also Es war der War der erste Film der Leute so in animierte Welten gesetzt hat Und Disney hat dafür Also was man heute mit dem Greenscreen macht Hat dafür eigenes Verfahren entwickeln müssen Okay Und eine Kamera die über ein Prisma der Lichtstrahlen aufbricht Und damals war es ein Yellow Screen Und Verrückt Verrückt Ja Also die hatten auch nur eine Kamera davon Und konnten den immer für viel Geld verleihen Äh Mary Poppins Hat auch eine Fortsetzung bekommen Jaja Habe ich auch mitgekriegt Jetzt Kürzlich ist er in den Kinos gewesen glaube ich Äh Also in Amerika Ich glaube in Deutschland ist er nicht drin Okay Ja das kann Kann sein Ja Also ich hab's halt nur so ein bisschen am Rand hinbekommen Ist auch nichts was ich mir unbedingt zwingend ansehen müsste Hast du Roger Rabbit gesehen Who framed Roger Rabbit Das Habe ich mal gesehen Aber das ist schon ewig her Also irgendwann als er auf RTL lief Mit äh Doc Brown auch Christopher Lloyd spielt den Schurken Echt Dem Richter Ja der Film ist auch von Robert Zemeckis tatsächlich Okay Ach okay Ähm Ja und Bob Hoskins spielt Äh den Detektiv Der ähm Ein paar Jahre später glaube ich Hat er Super Mario gespielt Mario Mario In der Super Mario Realfilm Ja Hast du He-Man die Serie damals gesehen Ach ja Da haben wir schon mehrfach drüber geredet Und die Serie ist furchtbar Aber die Verfilmung ist ja wohl der Knaller Furchtbar Dolph Lundgren Oh Und diese Musik von dem kosmischen Schlüssel Die fand ich total geil Oh mein Gott Das ist ein Synthesizer So Quiz Ein japanisches Ding oder Ja Welche Welche Sitcom Größe spielt bei He-Man Äh bei Masters of the Universe mit Sitcom Wahrscheinlich so in so einer Vollmaske Dass ich es gar nicht weiß Ne als Kind Äh Als die Jugendliche Ach Ach Hier die Die bei Friends Dann Ach wie heißt sie denn Bei Friends Später auch bei Scrubs Ja die hat sich doch dann leider so tot operiert Ja Wie hübsch Das können wir durchgehen lassen Das ist Courtney Cox Ah stimmt Das ist sie aber auch Cox Ridiculous Name Ja die fand ich total hübsch damals Ja War sie auch Sie ist ja auch total hübsch Hey War die auch im Breakfast Club Ne Aber da war auch Das Breakfast Club ist noch ein bisschen vor der Zeit Okay Also da wäre sie glaube ich noch sehr Ich meine aber Klawocken-technisch war es ähnlich Achso ja Ja aber ich meine Da ist sie halt irgendwie so 10 oder so Bei Masters of the Universe Kannst du dich noch an die erste Turtle Verfilmung erinnern Wo die ganzen Ja Richtig sichtlich Schlimme Schlimme Knautschkostüme Also immer wenn halt die Füße irgendwo gegen kamen Wo du gesehen hast Das halt erstmal so 10 cm Schaumstab So wegbiegen Und das sieht immer so ein bisschen dumm aus Ähm Da gibt es auch eine interessante Geschichte Zu den ersten beiden Turtles Filmen Im zweiten benutzen sie ihre Waffen nicht Weil sie wahrscheinlich gar nicht konnten Aufgrund des Kostüms Ne Weil Eltern sich beschwert haben Und deswegen ist der Der Höhepunkt des zweiten Films Ist auch ein Tanz Wo sie in einem Club enden In dem glaube ich Ich glaube es ist Milli Vanilli auftritt Uh Und dann singen sie gerade Go Ninja Go Ninja Go Go Ninja Go Ninja Go Klassiker Ja Das ist der dritte Satz aus Go Ninja Go Ninja Go in D-Moll Diesmal auf einer Stradivari Konzert aus Mitte Aber es gab halt so viele Kennst du den Nintendo Boy Gab es halt so eine komische Hieß der Nintendo Boy In der Serie Der hatte halt dieses Das habe ich schon mal gesagt Das NES Den Controller Hatte er am Gürtel Und der hatte halt So eine Laser Light Gun Immer Das war so ein Junge Genau Das war so eine Serie Der hat Am Anfang der Serie War es halt immer so Wie das dazu kam Und der hat halt irgendwie Mit seinem Nintendo gespielt Nach NES Und da wurde er ins Spiel Reingezogen Und dann war er Nintendo Boy Und dann hat er das Ding Am Gürtel gehabt Und konnte dann halt Mit seinem Laser Light Gun Da halt immer rumballern Und musste irgendwelche Sachen bestehen Das war auch immer krasser Scheiß Ich weiß gar nicht Ob Max Headroom Ursprünglich mal eine Serie war Die könnte ich mir fast vorstellen Aber so eine ganz surrealistische Endzeit Serie Weil die Serie aus den Aus den Ich weiß nicht Ende der 80er Anfang 90er War schon sehr krass War eigentlich Night Rider Und Street Hawk Ursprünglich mal ein Comic Weil ich weiß Im Nachhinein gab es halt Night Rider als Comic Ja ich meine Viele Sachen Die dann halt nachträglich Ja aber kann ja sein Dass es mal ursprünglich Ein Comic war Und dann Ein super Auto Wäre jetzt ja nicht so Schwierig als Idee Ne also ich meine Was ich immer noch Also jetzt ist ja zum ersten Mal Ein Comic Film Auch für den Oscar nominiert Mit Black Panther Also für den Oscar Als bester Film Was ich Ja Ja ich meine Black Panther ist halt ein Film Der viel kulturelle Bedeutung hat Hast du ihn gesehen? Ja Ist ja gut Ja Ist gut Aber halt Endlich mal ein schwarzer Als Superheld Oder Ja also nicht nur ein schwarzer Als Superheld Sondern der Film spielt auch in Afrika Und Aber die Figur Also der Black Panther Ist halt auch eine afrikanische Ja genau Okay Und es sind größtenteils Die Leute sprechen mit ihrem Dialekt Und haben nicht den Dialekt abgelegt Und es gibt Also hat diesen Afro-Futurismus Wo es halt darum geht So ja Naja Ist halt alles sehr futuristisch Aber es behält halt sehr viel Afrikanische Kultur Und aus der Aus der Hinsicht Ist es halt auch ein Wirklich bahnbrechender Film Was diese Aspekte angeht Aber der Film ist halt gut Und nicht hervorragend Ja Also es ist sowas Was man auf Netflix sehen kann Man muss es nicht im Kino sehen Ja Also Ist der schon irgendwo im Stream? Ich glaube nicht Ich glaube noch nicht Also ich meine die Sache Das Problem von dem ist Der ist halt Genau das Was die Comicfilme eigentlich Zeit war Sie jetzt mal wieder aufgehört haben Zu sein Nämlich so eine ganz klassische Origin Story Und halt so Sehr Ach ja So Kommt er zu den Kräften Und dann sind wir da Und Ach yes War das eine Zeit lang War das mal vorbei Dass der erste Teil Schon mal ein bisschen was anderes war Und der ist halt Schon eher so Dieses Malen nach Zahlen Und so Wie man es erwartet Und seinen Stiefbruder Der halt den Gleichfarbigen Anzug hat Wie er Hat man alles schon mal gesehen Ich überlege gerade Kennst du noch die Clever und Smart Comics? Ja Da wusste ich ehrlich gesagt Nie wer clever und wer smart ist Genau Ich weiß halt immer nur Dass der Chef Das sind ja wie zwei Geheimagenten Wenn ich es noch richtig habe Der Chef ist immer pissig Also der riecht sich immer Total über die auf Irgendwie kommen sie immer wieder durch Und dann gab es glaube ich So eine ganz bizarre Europäische Französische Verfilmung dessen Wenn ich das richtig im Kopf habe Aber Ja die Serie Die Comics Bei meiner Oma Die hatte die Aber ich habe mir die nie geholt Aber Das waren halt auch immer so Es ging immer In ein fürchterliches Chaos Alles Viel auseinander explodierte Ja Kannst du dir noch Mr. Rossi Herr Rossi Irgendwie Französisch Herr Rossi sucht das Glück Irgendwie so ein kleiner Mann mit Hut Und ein Hund glaube ich dabei Und das war Herr Rossi Oder Dr. Rossi Ja Generell so europäische Comics Haben wir jetzt ja nicht so viele Gerade aufgezählt Nee Nee Asterix und Oberleks Und die Schlümpfe Noch Schlümpfe haben wir gar nicht gesagt Ja Furchtbar Verdammten Rassisten Kennst du noch Baloo und seine Crew Ja Baloo Baloo Das war geil Den fand ich irgendwie echt total gut Weil das halt so ein abgehalfterter ehemaliger Wahrscheinlich Ehemaliger Bär Nee Ich wollte sagen eigentlich ehemaliger Verkehrspilot war Der jetzt halt einfach nur irgendwo Immer im Dschungel irgendwelche Halbseiden Lieferungen brachte Und dann mit seiner Was war das Tochter Nichte Irgendwie Und dann glaube ich noch ein Kumpel Hat der einen parallel nach irgendwelche Fälle gelöst Wo er immer so reingestürzt ist Er war so ein bisschen der Han Solo Von den Disney Serien Quasi Also dieses Dieses richtig Diesen bisschen runtergerocktes Fand ich Also auch wie die gezeichnet war Fand ich total Fand ich irgendwie Geiler Typ Ja Ja Was hältst du von diesen Von diesen Ähm Diese Comicreihe Diese Comicfilme Die Die immer Also Madagaskar Und diese ganze 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 Reihe 3D-Animation Also 3D-Animation So was Ich Ich mag ja Die Pinguine aus Madagaskar Die Serie mochte ich sehr gerne Auf Nickelodeon Einfach nur Aber die Pinguine haben eine eigene Serie bekommen Ja genau Die meinte ich Einfach nur Lächeln und Winken Männer Lächeln und Winken Gibt es die nicht auch auf Netflix? Ich Weiß ich nicht Ich hätte Pinguine Weiß ich nicht Also kann sein Ähm Ja ansonsten von diesen ganzen 3D-Animationssachen Habe ich halt mal Zwischendrin so ein paar gesehen Ähm Das Drachen Sam zum Beispiel Okay nicht Ähm Ja Ist das so ein Pixel-Animé Oder Anime oder wie das heißt Ne Also ein 3D-Animationsfilm Von Dreamworks Okay Das oder Up Oder so die ganzen Pixel Äh Sag ich auch schon Pixel Pixar Filme Habe ich überall nicht reingekommen Habe ich irgendwie alles nicht Up ist super Ja Ja Ich meine nicht Du weinst Ich habe glaube ich Transylvania oder sowas gesehen Ja da hast du genau den richtigen genommen Vornehm mit Adam Sandler Ja Die sind auch alle so schnell Ich glaube Das ist halt auch so was mich so ein bisschen stresst Ich habe das Gefühl Dass Comics in den 70ern 80ern Die waren nicht so schnell Die Bilder Das war nicht so Ah Und jetzt hast du das Gefühl Äh Die gehen davon aus Dass du müde wirst Wenn du halt nicht irgendwie Für sich In einer Sekunde Fünf Explosionen Und dreimal schreien hast Und so Oh Viel zu viel Aber ich merke Schon Du bist durch Ja Wir sind auch langsam Wir nähern uns der 1 Stunde 15 Marke Dein Lieblings Comic ist Wahrscheinlich abschließend Spider-Man Von den Comics Oder Generell Also von den Comic Büchern Böse Überbegriff Überbegriff Also Comic Büchern Was ich im letzten Jahr gelesen habe Was ich sehr empfehlen kann Das ist Kill or Be Killed Das ist ein super Comic Der auch nach vier Ausgaben Ich glaube vier sind es abgeschlossen ist Hast du denn nicht auch Diese ganze Wolf Action da Ja The Wolf Also die Comics Auf denen The Wolf Mangers basiert Fables Das ist so ein bisschen Hit and Miss Mal sehr gut Darauf basierend wurden Die Telltale Spiele Genau Gibt es eigentlich auch dann Die Walking Dead Comics Auf die Die Telltale Dinger basieren Nicht die Telltale Dinger Aber die Serie Also die Telltale Auch halt grob Auf dem Universum Wo die Telltale Serie Glaube ich eher Auf der Fernsehserie basiert Oder Ich kriege es nicht zusammen Aber The Walking Dead Basiert The Walking Dead Basiert auch auf Comics Okay Ne aber ich glaube Die Die Telltale Serie Nehmt eher Prämissen Aus der Serie Als aus den Comics Was die Zombies Und die Und so angeht Aber weil die ganzen Figuren Die Figuren sind alle neu Ich meine nicht die Figuren Die Figuren sind auch nicht Aus den Comics Aber was Ich glaube es gibt so Gewisse Unterschiede Mit was die Walker angeht Und irgendwelche Hintergrundinformationen Ich glaube Aber ich kann es nicht garantieren Aber auf jeden Fall Ist das in den Comics War auch anders Als in der Serie Und in den Comics Ist es auch nicht so Dass einfach nur Zehn Ausgabenleute Irgendwie durch die Pampa Gehen Und dass irgendwas passiert Oh Sick Burn Kannst du ein Krimi Krimi Comic empfehlen Ich würde mal So einen schönen Krimi Comic Der nicht so stressig ist Jedes Mal wenn ich Am Bauern stehe Hättest du das Gefühl Es gibt immer Diese krassen Kampf Blut Sonst was Die ist nicht zu viel Oder halt niedliche Weiß nicht Donald Duck Dinger Wo ich dann immer Eher dann zu Donald greife Und dann aber oft Dann denke Oh Ich würde gerne mal Was zwischen Aber ich kann mir Jetzt nicht diese Superhelden Also Kill or be killed Ist super Ist das Ich weiß ja nicht Was ist das Ja Ist das irgendwas Okay Um es noch ganz kurz zu sagen Also ohne viel zu spoilern Es geht um einen Studenten Und sein Leben ist jetzt nicht Extrem cool Der ist halt Hängt halt irgendwie so fest Er ist auch extrem spät im Studium Er hatte schon mal Einen Selbstmordversuch Sein Vater hat sich selbst Das Leben genommen Und er wohnt halt gerade In so einer dummen WG Und sein Mitbewohner Hat Hat irgendwas mit seiner Freundin Also mit einer Freundin Die er aber gerne Für sich haben möchte Und er ist halt Von Depressionen geplagt Und Wirft halt zwischendrin Mal ein bisschen was ein Und dann eines Nachts Beschließt er so Ach Ich schmeiß mich einfach vom Dach So Springt vom Dach Und überlebt das irgendwie Kommt nach Hause Und Ihm erscheint ein Dämon Und der Dämon sagt ihm Okay pass auf So sieht es jetzt aus Ich hab dich gerettet Und Du zahlst jetzt Miete Für dein Leben Jeden Monat Bringst du jemanden um Der es verdient hat Ansonsten bringe ich dich um Okay Das ist die Basis von der Ja Kill or be killed Genau Kill or be killed Das ist die Prämisse Und das geht halt auch Einfach Es fängt halt an so Ja Ist das der Fall Oder hat er den Selbstmord Durch Glück überlebt Und hat sich den Dämon Eingeredet im Fieber Achso Okay So und das Ja also Spannend Das ist sehr unterhaltsam Ja Okay Gut Das ist ein guter Abschluss Ja Und ansonsten Die Daredevil Serie Ja Der Daredevil Serie Weiß ich jetzt nicht Fantastisch Also ich fand die Ich fand die Kampfszenen Knaller Aber ich Weiter Gut Einer von uns liegt richtig Der liegt falsch Ne was Was hast du noch Irgendwas Was du Als Comic Empfehlen würdest Ich ratte da gerade Alles durch Ey guckt euch auf jeden Fall Masters of the Universe nochmal an Das ist der Klingel Und gut Wenn ihr diesen Klingelton erreichen wollt Dann schreibt einfach eine Mail an Fürnüsse At gmail.com Haha Oder schreibt uns auf Stitcher Oder YouPorn Wie auch immer das heißt Ihr wisst ja wo ihr uns hört Mittlerweile solltet ihr es echt mal wissen Ja Alle drei Schämt euch Fui Deibel In diesem Sinne Schöne Nüsse Für die Woche Wir waren Dirk und Klaus B honesty B honesty B Holiday